moin moin und oh scheiße direkt direkt von der spinne attackiert scheiße kann ich jetzt noch machen das hier hallo hallo hey ich kann nichts machen in paralysiert von der spinne weg von der spinne kann nichts machen ja und damit herzlich willkommen zurück zu die älter scrolls arena direkt von der spinne attackiert hier unten wie viel haben wir noch von den elf potions so ja nur noch hier das wird knapp so wo sind wir jetzt hier unten auch wieder aber ich will schätze finden auch ne ok den haben wir gekillt hat nehmen wir alles mit wels wort war dort aber warum musste jetzt ausgenehmend so eine spinne kommen direkt zum start dieser folge ich glaube wir brauchen mehr health potions deutlich mehr da gehen wir mal lieber noch nicht hin so ja haben schon ein bisschen was erkundet wird aber auch irgendwie meisten wege im kreis na was haben wir hier okay den haben wir acht gold hatte der und ein dolch und dabei auf einmal von hinten jetzt haben wir nur noch drei health potions hier gibt es nichts oder gibt es hier eine geheime tür hallo na keine geheime tür und der direkt vor uns ok den haben wir direkt gekillt da geht es auch nicht wirklich weiter also beziehungsweise doch können wir mal versuchen so dann schauen wir mal wo wir hier landen aha der kommt nicht mehr an uns die große dann schon auch nicht hier unten zumindest im keller aber den sind wir erst mal los gehen wir mal hier lang ach nö ach nein nicht schon wieder ich hasse lange spinnen ich hasse die langsam kommen wie lange dauert das mit dem paralysieren das kann doch nicht sein warte nochmal das kann doch nicht sein dass wir jetzt so wenig geheilt bekommen haben ich gehe mal hier rein jetzt sind wir wieder an dem wasser ich würde sagen wir da wir ja nicht mehr so viel health potions haben wenn wir mal wieder lieber zurück weil von health potions haben wir jetzt nur noch 1 health potions bis zum ausgang 1 health potions bis zum ausgang hier haben wir einen schatz hallo so 70 gold immerhin immerhin 70 gold ich hoffe jetzt da oben wartet keiner auf uns das heißt hier jetzt rechts dann links hier dran vorbei und dann wieder links jetzt müssen wir ganz schnell hier einen ausgang wieder finden so hier geht es wieder nach oben jetzt ganz schnell hier mal schauen wie wir wieder zurückkommen hier runter glaube ich hier irgendwie gibt es einen weg wir haben ganz komplizierten weg genommen ich glaube das hat sich wie nach einer spinne angehört ich glaube das hat sich wie nach einer spinne angehört ich glaube das hat sich wie nach einer spinne angehört ja ich würde sagen wir riskieren es mal hier nach links zu gehen so der hatte nichts eine ratte ratten kriegen wir ganz schnell durch ich wieder eine ratte ok irgendwo in der nähe wahrscheinlich hinter uns her ja die ratte hat auch nichts interessantes bei sich ok aber hier haben wir wieder einen ausgang haben wir gut riskiert was so das heißt wir müssen wieder hier rüber schwimmen und dann wieder nach dem Norden so ausdauer ist auch schon ein bisschen für den Arsch ausdauer geht relativ schneller jetzt seitdem wir verflucht wurden und jetzt Richtung Norden ich könnte mal riskieren nein das war das falsche came for a while until fully high äh nice wir wurden nicht attackiert boah das ist nice wir heilt ohne attackiert zu werden ohne dass irgendwelche banditen oder monster oder sowas auf einen zukommen ich glaube das lag jetzt tatsächlich daran dass wir außerhalb der straßen hier äh uns ausgeruht haben sagen wir mal so 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 irgendwann müsste auch langsam eine Stadt kommen ah warte hier kann man doch bestimmt irgendwo rein und uns kurieren lassen und uns kurieren lassen oder doch nicht wir haben doch noch was wie gut was sagt denn die Uhr 5.33 haben was Einen frühen Morgen. Wie viel Geld haben wir jetzt? Das habe ich noch nie geguckt gehabt. Wir haben wieder, ja okay, 2,7, fast 2,8. Wie interessant, das Blau. So, irgendwann müssen wir auch langsam zur Stadt kommen, oder? Wie weit waren wir davon entfernt? Nicht, verdammt. Hier ist kein Danken, aber mal gucken. Ich glaube, das ist schon die Straße zur Stadt. Ja, wir haben die Stadt gefunden. Jetzt erstmal die Tür finden, den Eingang. Hä, wo ist denn der Eingang? Das finde ich aber auch geil, so viel Wasser jetzt hier. Ah, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen schwimmen. Wenn hier jetzt irgendwo ein Eingang wäre. Kann man hier so drunter durch? Na, schade. Na, kurz war da hell. Okay, an dem komme ich jetzt nicht so einfach vorbei. Das ist nicht der offizielle Eingang da rein. Ist zwar jetzt die Stadt, es ist zwar an dieser Stelle offen, aber es ist nicht der offizielle Eingang in die Stadt. Ich glaube, von dem Weg hier, was hier jetzt markiert ist, wäre hier eigentlich der offizielle Eingang. Ah, krass, wie es auf einmal alles sichtbar ist, hell wie es ist. Wo ist denn jetzt der Eigentau? Okay, da haben wir es. Dann gehen wir mal rein. Ah, die Leute sind schon wieder unterwegs. Okay. Jetzt suchen wir... Hä? Ah, die Musik hat sich geändert, okay. Hier kommen wir wieder nicht durch. Wir brauchen einen Equipment-Store, um den Schrott zu verkaufen. Da kommen wir an dem bedrohlichen Typen auch nicht durch. Ach, hier können wir es bestimmt heilen lassen. Der ist bestimmt schon offen. Boah. Und rein da. Und rein da. Ach, wer da her. Ich habe da was. Könntest du mir helfen? We humbly back your forgiveness for we cannot cure max deals. Bless. How much do you wish to donate? Ne, das wollen wir nicht. Habe ich kein... Habe ich nichts mehr? Wurde doch verflucht, oder nicht? Ich bin jetzt etwas verwirrt. Hm. Das müsste jetzt ein Equipment-Store hoffentlich sein. Ne, das schild jetzt nicht. Ja, ist es. So. Dann mal schauen, wie viel wir jetzt dieses Mal für den ganzen Schrott kriegen. Hier 30. Ja. Ja. 15. Äh... Die 22. 11. Mhm. 37. Das hoffe ich. Das war's. Wäre schöner, könnte ich einfach so anklicken, das, 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 aber man muss alles einzeln machen. Zum Dolch, ein Golf. Man, die Dolche, die lohnt sich ja richtig. So, Langschwerter. Probierlich 100 Jahre alt ist das Langschwerter. Ich kann dir mehr als 806 Gold für das, okay? Was? 18.800? Digga? 18. Digga? Der 461 Gold. Digga? 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 Probierlich 100 Jahre alt ist das Langschwerter. Ich kann dir nicht mehr als 460 Gold für das. Okay, aber nee, für dieses eine Langschwert, so, den brauchen wir ja nicht, Limitation, Verification, ja okay. Sonst haben wir nichts mehr. So, dann schauen wir mal, ob er irgendwas auch noch als Ebenerz hat. Ich bin hier. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen mehr Geld. Ja, okay. Er hat jetzt nichts. Boah, Digga. Wir sind reich. Wir sind einfach reich. Es muss sein, dass ich meine Schwimmeln habe. Okay, das habe ich, aber die und die muss ich mal auf Kuss kriegen. Aber egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos. Und ciao. Ich bin's, euer Max Deos. Ich bin's, euer Max Deos. Ich bin's, euer Max Deos.